Ich habe noch nie ein Video von diesem Shadow gesehen. Das ist jetzt auch der Test, ob die geil sind oder nicht. Deutsch bis Schlager oder sonst irgendwas. Ich bin Sänger, die Jungs sind Tänzer. Warte mal, ich glaube, ich kenne dich Nummer 6. Egal, red mal weiter, sorry. Kannst du einen Olli? Ich habe schon mal einen Olli probiert, ja. Kannst du einen Kickflip? Habe ich auch schon mal probiert. Was heißt probiert, Bruder? Wenn es passt, dann passt. Und ich küsse auch beim ersten Date. Also so ist es nicht. Wenn es passt, dann passiert es halt. Einer geht direkt ran, ne, an die Buletten. Okay. Was soll ich sagen? Irgendwie tun die so ein bisschen, als wäre es super spicy, aber es ist überhaupt nicht spicy. Es ist kein crazy take. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute blind daten wir wieder. Und wir haben heute auch eine Top-Kandidatin am Start. Und die stelle ich euch jetzt erstmal vor. Das ist Minelle. In der ersten Folge war sie die letzte Überlebende und Arons Perfect Match. Leider ist aus dem Ballon nichts geworden. Sie ist hauptberuflich Model und kann sehr gut kochen. Passt das ja nicht krass, finde ich, jetzt zum Kochen. Passt das, ist krass. Na, wenn das nicht reicht, um heute den perfekten Mann zu finden. Was geht ab, Minelle? Alles gut? Alles gut bei mir. Wie geht's dir? Auch gut. Bist du ready? Aufgeregt. Bist du bereit für ein paar Schuhe? Ja. Füße? Magst du Füße? Nein. Runde 1. Okay Minelle, du darfst dich jetzt einmal umdrehen. Wir befinden uns hier in Runde 1. Du darfst mir gerne einmal sagen was. Ich weiß, wer von euch welches Format zuerst gemacht hat? Sofort doff oder eher hier? Von den Schuhen hältst du? Nee, irgendwer in den USA. Gar nicht. Aber in Deutschland? Nummer 3 finde ich auch immer sehr cool. Du bist auch so ein Sneaker, ne? Ja. Hast du viele Jordans? Es geht. Früher waren es Jordans, jetzt sind es eher so ein bisschen Dunks, New Balance. So in die Richtung. Nummer 5, Docs. Ja, ich sag ehrlich, ist nicht so meins. Nummer 2, Air Force geht auch immer. Die sind auch sauber. Nummer 4, ich glaub Nummer 4, Skated, kann das sein? Ist das diese Skater-Schuhe gewesen? Mäßig, ja, ja. Kann sein, ne? Der ist safe auf Bali unterwegs, tausend Prozent. Nummer 4, warst du schon mal in Bali? Safe. Ah, krass, okay. Aber Nummer 3 hat kleine Füße. Wie random. Darf ich was fragen? Nee, wir warten mit Fragen noch. Okay, okay. Wir warten diese Runde noch ab mit Fragen. Okay, okay. Aber ist mir auch gerade aufgefallen. Nummer 6 hat auch kleine Füße, meiner Meinung nach. So vom ersten Blick her. Ja. Hä, was soll das denn aussagen? Über eine große oder kleine Füße, der? Nummer 1 hat große Füße, also große Füße auf jeden Fall. Nummer 2, glaub ich, eher so normal. Normale Füße, Bruder. Keine Ahnung. Glückwunsch. Normal, Spaß. Aber Nummer 3 ist so mein Favorit bis jetzt. Ja? Auf jeden Fall, ja, safe. Finde ich gut. Also Nummer 3 ist auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal eine Runde weiter. Würden wir jetzt einfach erst mal gefasst halten. Ja, ja, doch, doch, doch. Welche drei Schuhe fallen dir ins Auge, wo du so sagst, so ja? Ich finde, die labern so, als würden die das als Joke sehen. Wisst ihr? Was nicht drin ist, so. Mäßig. Also würden die gerade Datingformat verarschen. Also, ich muss sagen, Nummer 5 ist einfach nicht mein Vibe. Weil ich es persönlich auch nicht so trage, deswegen dann... Hast du gar keine Docs? Ich habe tatsächlich welche, die die damals alle getragen haben, diese Plattform-Docs. Das steht mir als Person einfach gar nicht. Also, keine Ahnung, ich bin viel zu groß da drin und keine Ahnung, meine Beine sind so lang und so dünn. Nee, will ich nicht. Bin so ein Docs-Typ. Mein Leben ist so hart, meine Beine sind einfach zu lang und zu dünn. Und da sehe ich zu modelig aus, wisst ihr? Ich wäre jetzt für mich tatsächlich schon raus. Sag mir mal, welche Nummer dir noch so ins Auge sticht, wo du sagst, Schuhe finde ich schwierig. Und dann stellen wir den beiden eine Frage. Und dann kannst du immer noch entscheiden, besser, weil ein Hand der Schuhe direkt rauskommt. Okay. Okay, okay, dann würde ich Nummer fünf und Nummer eins auswählen. Mit einer locker flockigen Frage. Ja, wer ist denn euer Lieblingskünstler? Du meinst? Was hörst du für Musik? Ähm, alles Mögliche von Deutsch bis Schlager oder sonst irgendwas. Luciano und so? Ja, zum Beispiel. Mallorca? Auch. Ballermann? Auch. Wie oft im Jahr? Einmal, zweimal. Hast du gerade gelogen? Nein. Also, du hast alles durch mischt. Genau, du als einziges mit seiner Witze dich liebst. Ja, komplett. Okay, ich bin gespannt auf Antwort Nummer fünf. Ja, ey, ich höre halt viel Rock. Und so Stuff, was eigentlich schon älter ist, auch gerne take. Ich glaube, ich finde es die Scheiße. Techno. Ich weiß nicht, ob ich einen Favorite Artist habe. Es ist, äh, es gibt viele. Ich finde alles davon scheiße. Gute. ACDC? Ja, normal. Classic. ACDC, Kiss, Metallica, Maiden. Gib ihm. Ja, okay. Ich kenne nur ACDC, deshalb, ich glaube, Minel wird... Was? Ey, ich bin null im Rock drin, aber die Bands kennt man alle. Alle. Gib ihm. Ja, okay. Ich kenne nur ACDC, deshalb, ich glaube, Minel würde jetzt auch, wenn du ein paar Rocknamen aufzählst, wahrscheinlich keinen kennen. Also, da wäre auf jeden Fall bei mir Ende im Gelände. Aber es waren jetzt beides nicht so die Antworten, die du erwartet hast, ne? Nee, also, wir kommen da nicht auf einen gemeinsamen Nenner, deswegen... Bist direkt zwei raus, Hinschatz. Ich würde tatsächlich Nummer eins, ähm... Ballermann hat sich weggekickt, ne? Ja, nee, 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 da bin ich raus. Das war dein Kopf, bist kurz... Ja, Schlager und Ballermann, da kann ich nichts mit anfangen, es tut mir leid. Schade, Nummer eins. Nummer fünf war eigentlich schon draußen, er wollte, sie wollten ihn schon rausvoten, hat ihn aber dann doch dringelassen. Und dann bei Schlager wurde da eine so rausgeworfen jetzt, das ist so schlimm für sie war, dass sie doch nicht fünf genommen hat. Ich würde dich einmal bitten, nach vorne zu kommen. Was geht ab, was geht ab? Alles gut? Hi. Hi, Minel. Max. Was geht? Nicht viel. Woher kommst du? Ich komme hier aus, also, vor Ort von Köln. Okay, dann hast du es nicht weit, ne? Nein. Okay, mach's gut. Runde zwei. Wir sehen hier fünf cleane Hosen. Ich bin gespannt, was jetzt bei rumkommt. Minel darf sich einmal umdrehen und dir das Ganze einmal anschauen. Wir haben viele Jeans dabei, aber auch viele verschiedene Farben, ne? Eine hier Basic, drüben ein bisschen verwaschen, Mitte auch verwaschen, hinten leicht. Ich glaube, die zwei und die drei fetzt am meisten. Aber ich finde fast schon die eins. Kleine Ringe. Macht mal alle eure Hände runter. Ja, bitte. Ich möchte Hände sehen. Was sagst du? Okay, also alle haben gepflegte Hände. Ich bin überrascht. Alles gut. Achst du auf sowas? Ja. Richtig. Ja, also es muss ja jetzt nicht perfekt sein, aber so gepflegte Hände ist schon wichtig. Ich habe zwei Favoriten auf jeden Fall. Soll ich raten? Ja, raten. Soll ich was dazu sagen? Ja. Ja, ist richtig. Geil. Boah, das fühlt sich so toll an gerade. Ja, sechs, weil das halt so genau meine Farbkombi, so dieses Beige, Karkis, genau meins. Nummer drei auch. Ich mag das, also es klingt jetzt voll hart, sorry, aber ich mag das Hemd von Nummer vier nicht. Also bei der vier das Hemd, das erinnert mich ein bisschen an diese, ich habe die damals auch getragen, aber sonntags musste ich die anziehen, solche Hemde. Okay. Ja. Also mir ist es wichtig, dass man gut riecht, würde gern wissen, was so euer Go-To-Buff ist oder was ihr gerade trägt, was euer Favorite ist. Ich dachte, sie will einmal kurz an allen riechen. Das dachte ich, dass das jetzt kommt. Mir ist wichtig, dass alle riecht. Kann ich mal kurz an euch allen einmal riechen? Äh, Tobacco-Vanil von Tom Ford. Okay, klasse. Kennst du? Ja. Ja, das ist gut. Alle müssen jetzt einfach nur Tobacco-Vanil sagen, dann passt es, Jungs. Meistens eigentlich irgendwas von Hugo Boss. Okay, Nummer vier. Wenn ich nicht gerade Tobacco-Vanil trage, dann Tommy Hilfiger. Super, sorry, was? Tommy Hilfiger habe ich auch im Schrank, aber ist natürlich nur die zweite Wahl. Tobacco-Vanil war erste, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Sieben Tag eigentlich. Also ich gehe mal mit Jean-Paul Gaultier. Wait mal. Hä? Was? Bei mir ist eher so Parfum de Mali-Layton. Also ich habe viele Dürfte von Parfum de Mali. Ich habe Atkinson, Oats, Have the King. Oh. Ähm, Xerjov Erbapura ist auch weit oben, wobei der auch mittlerweile eigentlich ausgelutscht ist. Aber, ähm, einer hat bei Apropos gearbeitet, ne? Das ist auch verrückt. Nummer zwei, was machst du beruflich? War der Bré noch nicht im Stimmbruch oder ist da eine Frau mit dabei? Ja, Sportökonomie. Sport? Sportökonomie. Ökonomie. Warum kennst du dich so gut mit Düften aus? Boah, ich interessiere mich dafür. Ich habe auch viele selber. Ich verkaufe auch ab und zu ein bisschen Parfum. Aber eher alles so online. Mhm. Du verkaufst Parfum? Ja, ab und zu ein bisschen. Also hast du da so einen Großhändler oder so einen Plug? Nee, das ist ein Kollege von mir, der kauft die Düfte und ich verkaufe sie dann. Ah, das sind die, die mit so Koffern kommen. Dann haben die so Proben. Und das riecht original wie One Million. Dann würde ich gerne wissen, was der Rest macht. Drei, vier, fünf, sechs. Was macht ihr beruflich? Ich studiere Design. Okay. Ich bin Sportwissenschaftler. Mhm. Äh, ich arbeite zurzeit im Nachtclub. Welchem? Welchem Nacht? Du sprichst keiner an. Reinicke Fuchs, Bruder. Reinicke Fuchs unten in der Garderobe. Kennen wir. Waren wir schon mal. Haben wir schon mal besucht. Wer nicht. Ich hab, ey, da liegt meine Jacke. Wann warst du da? Bruder339, kannst du klären? Äh, ich tanze und arbeite. Ich bin Sänger, die Jungs und Tänze. Warte mal, ich glaub, ich kenn dich Nummer sechs. Egal, red mal weiter, sorry. Äh, und arbeite in Düsseldorf. Im Car-Store. Wo? Car-Store in der Altstadt. Okay. Warte mal. Kann es sein, dass du die Kandidatin kennst? Das ist rheinländisch mit dem Warte. Ich glaub, das ist rheinländisch, oder? Wahrscheinlich. Warte mal. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber, ja, ja. Okay, okay, okay. Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen bei den Kandidaten? Ja. Kölsch. Ähm, bei Nummer drei. Hohe Stimme, ne? Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Darf ich was dazu fragen? Natürlich, ich frag. Magst du was dazu sagen, Nummer drei? Klar. Was willst du hören? Verstellst du die Stimme oder ist deine Stimme so? Oder hat das einen bestimmten Grund? Das ist einfach meine Stimme. Okay. Ja. Ganz normal ist keine Dings nicht, also ist so angeboren? Genau. Hast du das mal checken lassen? Ist irgendwas? Alles fein. Alles normal? Okay. Arztakt, alles gut. Ist einfach Dings. Hohe Stimme. Ähm, ich muss jemanden rauswählen tatsächlich, ne? Nummer fünf. Die Kombi mit den Schuhen und dem Nachtclub ist leider nicht so meins, deswegen würde ich nicht gucken. Ich bin so verwirrt. Also wenn es actually ein Guy ist und es halt deine Stimme ist, dann ist es voll gemein gerade. Und wenn es eine Frau ist, dann ist es voll awkward gerade. Ich bin verwirrt. So schön. Okay, Nummer fünf, du darfst einmal nach vorne kommen. Hi. Hey, du hast meine Jacke. Ach, Spaß. Stell vor, du hättest dir jetzt meine Jacke gepackt. Ja, was geht? Hi, wie näher? Das ist gut. Kannst du echt klären? Ja, klar. Super. Kannst du machen. Sehr, sehr wichtig, ja. Trinket. Wow, geht nicht. Dann hab ich deine Jacke. Runde drei. Weißt du, was das Problem ist? Nein. Ich habe ihn nicht einmal richtig von vorne gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie er aussah. Er hat jetzt, es waren ihn nur von der Seite gesehen. Ich wollte sagen, wir sind zwar in der nächsten Runde, aber der vorne geht nicht hoch. Warum? Weil du nochmal jemanden rauswählen musst. Okay. Ich würde lieber Nummer vier tatsächlich auch rauswählen, weil es ist leider nicht so mein persönlicher Stil. Nummer vier. Wie oft im... Warte, 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 warte. Kannst du noch stehen bleiben? Wie oft im Jahr machst du Urlaub? Ähm, so drei, vier Monate. Skatest du? Hat er gesagt, alle drei, vier Monate oder drei, vier Monate? Ähm, so drei, vier Monate. Wow. Er macht drei, vier Monate im Jahr Urlaub. Was ist er? Streamer? Skatest du? Ja. Nee, ich bin gut. Kannst du einen Olli? Ich habe schon mal einen Olli probiert, ja. Kannst du einen Kickflip? Habe ich auch schon mal probiert. Was heißt probiert, Bruder? Die klappen nicht jedes Mal, aber immer öfter. Also bist du schlecht. Wie lange machst du das schon? So, seitdem ich zwei bin. Und du kannst keinen Kickflip? Natürlich kann ich Kickflip. Mach mal, wie machst du? Zeig mal, wie das aussieht. Liga, ohne Skateboard? Schau. Nein, das sah krass aus, Bruder. Wirklich verrückt. Darfst gerne einmal nach vorne kommen. Gib dir mal ein Skateboard dem Armband. Da ist der Skater, was geht ab? Das geht, Bruder. Alles gut? Hi, Minel. Hallo. Kannst du auch grinden? Boah, der macht das so unangenehm. Ja, Mann. Freuden macht Spaß. Ist gut. Ich glaube ihm nicht. Bist du ein guter Lügner? Guck mal, im Leben muss man grinden, im Skaten muss man grinden. Kann ich nicht grinden. Ach, krass aus. Sollen wir wieder reintun? Nee, sorry. Runde 4. Wir sehen jetzt die kompletten Outfits. Ich glaube, Minel hat jetzt endlich mal auch wirklich was zu sehen. Drei sehr verschiedene Outfits. Drei Leute, die tolle Parfüms tragen. Du darfst dich einmal umdrehen. Gucken, was du sagst. Die Rose fetzt. Was schiecht dir direkt ins Auge? Sag mal direkt raus, so Ding. Zack. Outfit von Nummer 6. Ich finde Outfit 2 und 3 geil. 6, die Jacke sagt mir irgendwie nicht so krass zu. Aber es ist gut abgestimmt, so kann man nichts sagen. Aber die Jacke finde ich irgendwie ugly. Drei würde ich halt am ehesten tragen, I guess. Gefällt mir richtig gut. Ja? Mhm. Safe. Gute Wahl. Ich mag die Tasche von Nummer 3. Was ich halt gar nicht mag, ist Tanktops bei Männern. Bei Nummer 2, ich denke mal, es ist ein Tanktop. Ja, es ist ein Tanktop. Nee. Das ist ein Unterhemd. Ein ganz normaler Schwimmer. Ja, noch Schwimmer. Ich mag, nee. Ist nicht so mein persönlicher Stil tatsächlich. Nummer 2 machst du viel Sport. Ja, so 3-4 Mal die Woche Fitness. Mhm. Nummer 3 machst du sportliche Aktivitäten. Ja, 3-4 Mal auch Gym die Woche. Okay, Nummer 6. Ich tanze halt viel, aber neben dem tanzen halt auch Fitness. Ich bin Tänzer, die Jungs sind Sänger. Tanz mal. Tanz mal richtig. Das war schon. Ohne Kopf, aber Kopf muss überfolgen bleiben. Aber mach mal, zwei Schritte kurz. Zwei Schritte? Ja, wild. Bist du Breaker? Ich hab gebreakt, aber ich hab mit Hip-Hop angefangen jetzt. Ja, okay. Wir müssen aber gleich Breakdance sehen, nicht Hip-Hop. Wenn du gleich, also falls du rausgewählt werden solltest, musst du uns kurz was vorstellen. Nee, die findet den richtig gut. So liebe Freunde. Die findet den richtig gut. Die findet den richtig gut. Die will den. Komm, kann man eigentlich jetzt schon sagen, die will den. Das ist eine hante Frage, ne? Manche Männer können küssen, manche Frauen können küssen, manche nicht. Jetzt ist die Frage. Ihr seid zusammen, beziehungsweise seid noch nicht zusammen. Könnt ihr gut küssen. Ihr seid unterwegs, dies, das. Wie würdet ihr das handhaben, dass der erste Kuss entsteht? Kandidat Nummer 6 darf anfangen. Ich würde sie zwingen, auf jeden Fall. Also es kommt, 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 Baba. Hä, wie soll man das machen? Keine Ahnung, kommt einfach. Ich würde beim ersten Date auf jeden Fall nicht küssen. Das wäre meine Antwort. Okay. Erst mal kennenlernen und dann gucken, was draus passiert. Sagen wir mal, es geht nicht ums erste Date, sondern um das Date, wo alles passt. Wie würdest du, also sagen wir mal, alles passt, ihr kennt euch schon länger. Boah, ist eine schwierige Frage. Also wenn die Dame Zeichen gibt und auch näher kommt, dann würde ich mal sagen, dass es dann alles passt. Was ist ein Zeichen für dich? Ähm, betatschen. Oder wenn man sich näher kommt. Ja, ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich mir unser Zeichen vorstelle. Klingt plausibel. Sollte vielleicht, sollte ich mir mal Gedanken machen, wenn ich nicht... Also der Vibe muss auf jeden Fall da sein und es muss auf jeden Fall von beiden Seiten kommen. Ich finde, es juckt nicht, wenn man beim ersten Date küsst. Wenn da wirklich, wenn der Vibe passt, finde ich, warum sollte man das dann zurückhalten, wenn nicht, dann nicht. So manchmal ist man halt einfach, keine Ahnung, ist man draußen unterwegs und es passt nicht. Und man hat voll das schöne Date und lacht und labert und dann ist voll sweet und das Date geht rum und man hat halt nicht geküsst und ist voll süß gewesen. Und man hat ein Date und man, keine Ahnung, ist abends noch essen, läuft dann nach Hause, plötzlich hält man ein Händchen oder so und dann fällt ein Kuss. Ey, juckt doch. Juckt, es juckt. Wenn es passt, dann passt. Wenn nicht, dann nicht. Ey, gar kein Druck. Und einfach, ja, der Moment, ich glaube, den kann man nicht beschreiben. Bei so einem 48-Stunden-Frauendate kann das schon mal passieren. ...fach und es passt dann. Okay, Kandidat Nummer zwei. Also ich denke, man kann gar nicht explizit sagen, wenn es richtig passt. Also das ist, wie schon gesagt. Das stimmt. Oder der Wight muss stimmen und... Die letzten drei Dates, die ich hatte, also mit verschiedenen Personen, gingen alle über 24 Stunden. Ohne S***, Leute. Situationsabhängig, ne. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Untouchen oder so ein Zeichen dafür ist. Kann schon sein, ja. Aber wenn es passt, dann passt und ich küsse auch beim ersten Date. Also zwei davon. So ist es nicht. Wenn es passt, dann passiert es halt. Einer geht direkt ran, ne, an die Buletten. Okay. Was soll ich sagen? Ist dir bei Kandidat Nummer drei irgendwas aufgefallen? Ähm, ja. Soll ich auch schon was dazu sagen? Ja, gern. Ähm, ich stehe leider nicht auf Frauen. Deswegen, ähm, müsst mir die Liebe Nummer drei einmal rauswählen. Ich hab... Ich war die ganze Zeit am Warten. Ich so, sagst du irgendwann was dazu? Nee, also ja, schon. Aber ich hab halt noch ein bisschen gewartet, weil... Bist du die ganze Zeit davon ausgegangen, als ein Typ? Weil du auch wegen der Frage, weil du noch auf die Stimme eingegangen bist? Ja, kann ja irgendwie sein, dass da was war. Deswegen... Ich will... Ich muss ja sowieso aufpassen, was du sagst. Stimmt. Ja, normal, normal. Und deswegen hab ich halt gewartet, bis der Vorlinger komplett oben ist, bis ich schnell was dazu sagen kann. Ähm, voll. Hätte ja auch ne Transperson sein können oder so. Man will da ja auch überhaupt nicht offensive sein, wenn man da noch keine Hormone oder so hat. So, Digga, es hätte voll sein können. Da musst du voll aufpassen. Das ist voll die schwierige Situation für sie. Respectfully. Aber ja, das müsste ich bei Nummer drei einmal... Wir haben gedacht, wir machen mal einen Easter-Eckern. Ja, ist gut. Ich weiß nicht mal, ob du auf Mädels stehst oder nicht, aber nicht, ne? Ja, ist ja gut. Du sollst das auch wissen, ist alles gut. Aber ich mag deinen Style. Spätestens bei der Tasche haben wir gemerkt, ne? Ja, Tasche, Schuhe, Hose, eigentlich alles. Der Pulli gehört mir. Na. Okay, Kandidatin Nummer drei. Was geht da? Seid ernst? Kennt ihr euch? Ja! Achso, hast du's nicht gecheckt? Nein, hab ich nicht, weil ich hab ihre Stimme nicht so direkt im Kopf. Aber einen niceen Pulli hast du. Wollte ich nochmal sagen. Dankeschön. Nichts behalten. Ich hatte kein Problem. Ich nehm einfach mit. Der ist ein bisschen zu groß. Egal, aber ist schön. Mach mal diese. Achtung, der ist voll nass. Ich bin voll aufgeregt gewesen. Alles gut. Ist dir warm? Ja, voll. Ist sie pretty? Voll. Aber danke. I tried my best. Gerne. Sieht super aus. Ich hätte das niemals gedacht. Deshalb durftest du in der ersten Runde übrigens nichts fragen. Runde fünf. Achso. Wir befinden uns in der finalen Runde, liebe Freunde. Es ist ja so obvious, dass sie diesen letzten Kandidat nimmt. Minella hat hier was mitgebracht. Was hast du damit vor? Für mich? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich möchte das gerne den lieben Kandidaten in die Hand geben. Einfach mal, um zu gucken, was sie damit machen oder wie die es benutzen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ja, dann verteil Dings. Einmal. Was gehört dazu? Was gibt's zu lachen Nummer sechs? Hier ist eins für dich. Ja, macht einfach euer Ding. Giga-abtorn. Sorry. Baaaaa. Baaaaa. Hahahaha. Okay. Noch kurz auf den Boden rotzeln oder was? Männlich. Da gibt gleich noch einen Klaps, ne? Haben beide richtig gemacht, aber... Jaaaah, süß! Bromance und so. Mögt ihr Bubble Tea? Safe, ist krass. Ja? Gestern noch einen getrunken. Nummer 6 hat gestern noch Bubble Tea getrunken, er hat aber auch seine komplette Jacke nass gemacht, ne? Ja, süß! Also wenn du oft Bubble Tea trinkst... Kennst du diesen Trick mit Daumen drauf, damit es nicht spritzt und so? Du wolltest echt checken... Mit Daumen drauf, damit es nicht spritzt, kenn ich nicht. Können die das, ne? Ja, ja. Mir ist das schon so oft passiert, ich sag euch ehrlich... Ich kann's anscheinend nicht... Ich fand Nummer 1 so ein bisschen... Ne, nicht Nummer 1, Nummer 2 war ein bisschen dominant unterwegs, ein bisschen... Junge, das war wirklich komplett, er nimmt es so... Aggressiv? Magst du aggressiv? Ähm... Ne... Eine Frage hätte ich tatsächlich noch, wenn ihr... Sieht vom Style her ein bisschen aus wie Novas Freund live. Von Hose und alles und so... Irgendwo anders leben müsstet, in einem anderen Land, wo wäre das? Okay. Malle ist nur einmal im Jahr! Mallorca! Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der Typ, der viel Urlaub von außerhalb macht. Also jetzt nicht Südamerika oder so. Ich finde mich dann eher in Europa. Und Sardinien, so Italien, das ist meine Lieblingsinsel. Ich fühl diesen Vibe einfach, diesen italienischen Vibe. Ich mag es, mein Espresso zu trinken dort und am Strand zu chillen, bin ich ganz ehrlich. Ich mag aber auch Italien. Ich finde Italien sehr schön. Wenn ich nochmal auswandere und es wird vielleicht nochmal passieren, dass ich ein halbes Jahr mal irgendwo chille, könnte ich mir Italien sehr gut vorstellen, Portugal Festland gut vorstellen, ich könnte mir Spanien gut vorstellen, auch Griechenland und so. Also ich muss sagen, Europa ist da schon sehr chillig, weil du einfach so voll easy reisen kannst, brauchst kein Visum und so, ist schon geil. New York spreche ich mich sehr an, möchte ich sagen. Und Tokio. Aber Italien in sehr vielen Städten, Leute. Italien in sehr vielen Städten, sehr dreckig. Leider noch nicht dort, aber würde auf jeden Fall mal nach Tokio mal für ein paar Jahre ziehen. Oder New York. Ich glaube, ich komme mit. Alter Junge, sie hat sich schon seit vier Runden entschieden. Die Runden sind gefallen, ne? Dann würde ich sagen, darfst du nochmal jemanden rauswählen. Ich wähle die Liebe Nummer zwei tatsächlich aus. Okay, Moment, ich meine, war noch nicht fertig. Aber okay, ja, okay, ist okay. Ist gut, sorry. Sogar Check gegeben und so, ne? Ja, war einfach, also Nummer sechs hat ein bisschen mehr überzeugt, deswegen. I'm sorry. Und das Unterhemd, ne? Nicht vergessen. Ja, das Unterhemd ist halt nicht so. Schlimm, schlimm. Ich kann auch unterhemden, Bruder, mach dir nichts draus. Darfst einmal nach vorne kommen. Es geht. Hi. Sorry, Mann, danke dir. Julio, es geht. Hat mich sehr gefreut. Hi. Ich hab nasse Hände, deshalb, ich wollte das jetzt. Ist nicht schlimm, alles gut, kein Problem. Der letzte Kandidat steht fest. Die Behauptung steht im Raum, dass ihr euch kennt. Ich glaube, ja. Aber ich kann sein, ich irre mich auch, aber ich glaube, wir kennen uns tatsächlich. Okay, Kandidat Nummer sechs. Du darfst einmal nach vorne kommen. Aber sie ist auch sehr pretty. Ja. Was genau? War richtig? Ja, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Sorry. Was geht? Alles gut? Ja, bei dir? Ja, super. Kennt ihr euch auch über gemeinsame Freunde? Ja, tatsächlich. Aber auch so zwei Jobs, glaube ich, zusammen gehabt. Ja, genau. Ach, modelst du auch? Nicht so professionell wie sie, aber ich bin auf jeden Fall auch auf einem guten Ding. Okay, ich würde voll gern was Breakdance sehen. Boah. Ich kann das gut tanzen. Aber das ist ein bisschen cringe, so diese... Ja, das ist... Oh, wir machen Musik drüber und so. Hier, guck, das ist Dennis. Dennis Schneider's Video am Ende. Der wird das dumm machen. Vertraue mir. Oh ja. Okay. Sie haben auf jeden Fall geschafft, dass es nicht cringe ist. Tatsächlich. Scheiße, er ist echt gut. Ja, doch. Ist schon gut. Ja, ist gut. Boah, tanzen, aber ich muss sagen, Chat, wirklich tanzen, mies attraktiv. Okay, okay, okay. Oh, warte, warte. Stopp, stopp. Abbruch. Stark, stark, stark. Oh mein Gott. Vielen Dank euch beiden. Safe. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Date. Ich, wenn du jemand nach Foto fragt. Inshallah. Safe. So Gott will. Jetzt könnt ihr auch bitte gehen, Digga, reicht jetzt. Ich muss doch jetzt sagen, aber sagen, Leute... Oh, er hat... Oh nein. Er hat zu spät. Oh nein. Ja. Was hast du gemacht? Hast du wieder angegeben oder so? Nein, er wollte so einhacken. Oh shit. Nein, das ist zu spät. Er muss jetzt genau so wieder rausgehen. Das ist einer, Dig. Das will genau so stehen lassen. Das war's mit dem Video, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr selber machen wollt. Bis sie auch so in komplett andere Richtungen gegangen sind. Checkt den ersten Link in der Beschreibung. Dort findet ihr ein Anmeldeformular. Wir drehen immer in Köln. Würde mich freuen, euch auch mal hier zu sehen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann kommen noch mehr Folgen für euch online. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dahin. Ciao. Es war nicht komplett... Es war... Es war... Wissen Sie das, was ich erwartet habe? Ich finde es von Soffodorf besser. Weil da irgendwie die Kandidaten noch ein bisschen mehr... Da denkst du dir noch mehr... Das und mehr so dieses... Noch ein bisschen mehr. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.